Wie sehen Sie denn auch, Menschenskind? Wie sehen Sie aus? Herr Prey, Sie haben vorhin gesagt, ich kann nicht kochen. Ich werde es Ihnen beweisen. Wieso? Wollen Sie zu einem Kostümfest? Herr Prey, mit Nichten. Ja, mit Nichten. Ihre Nichten kenne ich. Ich beweise Ihnen, dass ich kochen kann. Sie können kochen. Ich bin ein zweiter Kulululus. Ein bitte was? Ein zweiter Kulululus. Sie meinen wohl nur Kululus? Das ist ein Bruder. Das ist ein Bruder. Sie wollen sich damit unter Beweis stellen, dass Sie kochen können. Ja, ich beherrsche nämlich von A bis Z die astronomische Miserie. Die gastronomische Materie. Ja, können Sie bei mir auch kriegen, natürlich. Fassen Sie auf, Sie können also kochen. Ja. Können wir ein Gericht zusammenstellen? Natürlich. Fassen Sie auf, ein Gericht, ein Menü à la carte. Ein Menü à la carte. Also das steht nicht in meinem Kochbuch? Die Fleischart können Sie nicht? Das ist keine Fleischart. Menü à la carte heißt ein Gericht nach der Karte zusammenstellen. Ja, ich koche ja nach dem Kochbuch, nicht nach dem Atlas. Batsch, Atlas. Also bitte los, was gibt es jetzt? Ich würde sagen, als erstes vielleicht bei mir einen Hasen. Wild, wild ist ganz mein Geschmack. Ja, bitte. Also wild, ein Hasen. Wo nehmen Sie einen Hasen? Hier? Ja, das habe ich ja nicht in meinem Hasen. Haben Sie geschossen? Na, ich schieße doch keine Hasen. Sondern? Das ist ja Quälerei. Ich sammle die Hasen. Was machen Sie? Sie sammeln die Hasen? Kennen Sie wohl nicht. Nein, das kenne ich nicht. Hasen sammeln. Hasen sammeln. Sie gehen morgens in den Wald. Ja. Einen großen Sack mit. Ja. Angenommen, das ist der Sack. Jetzt gehen Sie also frühmorgens los in den Wald. Und dann haben Sie große Feldsteine. Ja, die nehmen Sie sich mit. Große, platte Feldsteine. Ja, ja. Und so rumliegen. Alle drei Meter an den Baum, einen Feldstein, darauf ein Salatblatt. Ein Salatblatt. Grün. Gut. Und in der Mitte, in der Mitte etwas Pfeffer. Etwas Pfeffer. Ja. Was sagt, jetzt geht es vorhin nochmal los. Jetzt kommen die Häschen, kommen raus. Die müssen ja morgens mal raus. Und nun kommen die, jetzt sehen die den Salat, sehen die. Nun haben sie einen Salat. Nun haben sie Hunger. Jetzt gehen die ran an den Salat und nun fressen sie sich langsam an die Mitte ran. Bis zur Mitte, jetzt stoßen die an den Pfeffer. Was mache ich, stoßen an den Pfeffer? Naja, da kommen sie nun dran ans Ziehen, nicht? Pfeffer. Und jetzt reizt das so ein bisschen, ja. Das reizt, das müssen sie niesen, so. Ja. Nun schlagen sie mit dem kleinen Köpfchen auf den Feldstein. Und dann sind sie betäubt. Und jetzt brauchen sie nur hingehen, immer aufsachen. Immer. Das ist ein Argen. Also das sind dann also ihre gesammelten Hasen. Das sind meine gesammelten Werke. Nein, Hasen. Also und was machen sie mit ihren gesammelten Hasen? Naja, die werden nun zubereitet. Die werden zubereitet, ja. Ich meine, es gibt ja verschiedene Hasengerichte. So? Ja, natürlich. Zum Beispiel falschen Hasen. Soll mal bei mir einer probieren, mir einen falschen Hasen anzudrehen. Das merkt man. Also der Hase wird zunächst genommen. Die nehmen den Hasen. Hasen, ja. Was wollen Sie jetzt bitten? Ja, bitte schön. Sie wollen von mir lernen. Alles. In Ordnung. Sie nehmen den Hasen, der Hase wird gerupft. Der Hase hat keine Ente. Der Hase wird nicht gerupft. Dem Hasen ziehen Sie das Fell über die Löffel. Papai, geht das mit dem Messer nicht viel einfacher? Sehen Sie mal, das ist doch so ungesinnt. In der Fachsprache heißen die Ohren Löffel. Ach, das ist doch ungesinnt. Gehen Sie mal zum Arzt und sagen, ich habe Löffel zu Hause. Also bitte weiter. Bitte weiter. Dann wird der Hase zwei Tage gereizt. Was? Gereizt. Nein, der wird gebeizt. Und dann wird er gewürzt mit einem Spezialmittel. Gewürzt? Ja, mit einem Büchse so streuen. Hasenpfeffer. Hasenpfeffer. Ne, ich doch immer rein. Hasenpfeffer. Das ist doch kein Gewürz. Das ist auch ein Gericht. Donnerwetter haben die Hasen viele Gerichte. Das ist die reinste Hasenjustiz. Aber wenn Sie es besser wissen, bitte schön machen Sie es. Jetzt wird der Hase gebraten. Nee, bei mir nicht. Wieso nicht? Das ist ja eine Quälerei. Ich kann das Tier nicht leiden sehen. Was soll es denn? Also bitte, was soll es dann geben? Dann soll es... Ich denke schon, das Neueste. Das Neueste? Haben Sie was davon? Also Neueste. Das ist das nämlich Freude. Mini, mini, lapini, pomperanelli. Bitte nochmal, was ist das? Mono, lapini, pomperanelli. Nee, 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 Moment. Zuerst haben Sie was anderes gesagt. Ja, das Erste war mit Soße. Nicht, dass es... Mono, lapini, pomperanelli. Ist ein bisschen zu süß, ein bisschen zu herbst, aber dafür herzhaft lasch. Wie macht man das? Ach, jetzt sind wir scharf drauf, weißt du? Ja, gewiss, wir wissen, was das ist. Ja, pass auf, ich werde es Ihnen erklären. Wir nehmen einen Pfund Grieß, einen Pfund Zucker, einen Pfund Mehl, drei Pfund Marmelade, einen Harzer Roller, Backaroma, zwei Liter und das Ganze gut durchrühren. Immer gut durchrühren. Und eine Messerspitze Zement. Eine was? Eine Messerspitze Zement. Und dann nochmal gut durchrühren und hurtig, hurtig aufs Gas. Ja, und dann? Ja, dann kochen wir es auf und dann? Und wieder ab. Und dann, nach Verkalken, gibt das Ganze einen ganz verzüglichen Anstrich für Gartenmöbel. Auf uns!